When I say Ayo, 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 you better go Ayo, Ayo, Ayo. 20 Jahre Ö3-Disco. Eine lange Zeit, viele Erinnerungen, gestern bei der Präsentation der Autobiografie von Ö3-DJ Alex List, Double A-Side. Jede Menge Anekdoten. Udo Huber hat mir erzählt, er hat die erste Ö3-Disco gespielt, irgendwann im Februar 1983, nämlich das Grenzchen der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Wien. Ich habe meine erste gesehen, irgendwann 1984, 1985 in Linz, und da hat man damals schon gesagt, das will ich auch. Hat DJ Alex List gestern Nacht tief in seinen Erinnerungen gegraben und selbst mich überrascht, weit über 20 Jahre Ö3-Disco, bekommt hier eine ganz neue Dimension, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Pikesel aus für Ö3 und auch für Alex. Ich habe jetzt mal nachgerechnet, es sind mit den Beach-Manias, den Mountain-Manias und all den anderen Veranstaltungen 1000 Ö3-Events, die in den 20, 25 Jahren gespielt haben. Das ist schon ziemlich viel Holz, wenn man genau den richtigen Hit zum richtigen Zeitpunkt spielt und einfach die Energie merkt, wie vom Publikum retour kommt, weiß man, yeah, that's it. Das konnte gestern bei der Präsentation auch i3-Urgestein Eberhard Forcher nur bestätigen. Ich glaube, der war in jedem Ort in ganz Österreich, hat er schon gekragt und gespielt. Der hat es im kleinen Finger. Funktioniert großartig. Auch für die anwesende Mama ist es kein Wunder, hat der inzwischen über 40-Jährige doch ziemlich früh angefangen. Er hat schon mit 17 seine erste Disco gehabt und immer mit dem Fokus Ö3, das fällt mir noch. Also da will ich hin. Wirklich. Über 20 Jahre Ö3-Disco mit DJ Alex List, einzigartig in Österreich. Norbert Ibaneck, Ö3 Musikredaktion. Wenn ich sage Ayo, 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 better gehen Ayo, Ayo, Ayo.